Der zweijährige Fritz hat noch nicht ein einziges Wort gesprochen. Als er eines Abends beim Abendessen sitzt, sagt er plötzlich, das Essen heute ist aber richtig scharf. Die Eltern sind völlig erstaunt. Ja, Fritz, du kannst ja sprechen. Warum hast du denn bisher noch nie was gesagt? Fritz erwidert, tja, also bisher hat es ja auch geschmeckt.